Hallo Leute, ihr schaut MUFAN VR. Ich bin's, Mutthensen. Heute ist Mittwoch und damit ist es schon wieder zwei Wochen her, dass wir ein Sales Video hatten. Es gibt einen neuen Sale, natürlich. Immer passiert das. Der letzte Sale aber, das letzte Video, es waren fast 30 Titel, geht noch bis heute Nacht um 12. Also, wenn ihr da noch irgendwas verpasst habt, guckt noch mal rein, hier in mein Sale Video oder wenigstens die Liste, die ich immer darunter schreibe und überlegt, ob ihr was haben möchtet. Die Angebote verschwinden aus dem Store heute Nacht um 12. Seit heute, dem 4.3. bis zum 19.3. gibt es dann wieder neue Sales und die möchte ich euch jetzt erzählen. Ich werde zu jedem Spiel ein kleines Review machen, also ein paar Sätze sagen, was es überhaupt ist. Falls euch das nicht reicht, guckt gerne hier in meinem Kanal in der Suche MUFAN VR, Name des Spiels, dann seht ihr komplexere Let's Plays oder Reviews oder First Impressions. Das ist eigentlich das Beste, wo ich alles über das Spiel erzähle, was es zu erzählen gibt. Die sind natürlich ein bisschen länglich. Fangen wir an. Erstmal mit Verbraucherinformationen. Seit gestern bei uns im Store aufgeschlagen. Endlich Freediver Treatened Down. Ich habe es hier auf dem Kanal komplett durchgespielt. Achtung Spoiler. Ihr seid unter Wasser gefangen. Mit den Move-Controllern spielt man es und schwimmt durch die Gegend. Ihr seid ein Taucher und seid in einem untergehenden Schiff gefangen. Ist auch noch ein bisschen mysteriös, weil auf dem Schiff wurde ein Experiment ausgeführt. Dafür will ich aber auch nicht verraten. Es ist sehr, sehr immersiv der Titel und kostet nur 15 Euro. Auch bei uns im Deutschen Store gab es jetzt schon letzte Woche im Ami-Store, jetzt auch bei uns. Und neu, Separation. Im Deutschen Store hat es den wundervollen Namen Einsamkeit. Auch 15 Euro. Das ist von einem einzelnen Typen, ein ganz, ganz kleiner Indie-Entwickler, der da wirklich so die letzten vier Jahre sein Herzblut reingesteckt hat. Ich glaube, ich werde mir das mal holen und heute Abend anspielen. Irgendwie habe ich da Lust drauf. Ist so eine ganz verlassene Welt mit paar Rätsel-Elementen, so einem Walking Simulator. Mal sehen, was der kann. Ich bin gespannt. So, jetzt aber zu den Sales tatsächlich. Es gibt L.A. Noire. The VR Case Files. Das ist ja schon mal auf der Playstation 3 ein Titel gewesen. Ja, genau. Hat damals auch sehr viel Lorbeeren geerntet wegen damals fantastischer Gesichtsanimation und so weiter. Das war alles gemotion-captured. Und es gibt einen VR-Spin-Off. Da löst man auch Fälle. Es ist so ein bisschen offene Welt. Es ist ja von von den GTA-Machern. Und das ganze Ding dauert insgesamt so, lass mich nicht lügen, sieben Stunden, wurde mir gesagt. Ihr seid ein Detektiv. Müsst Fälle lösen. Ein bisschen mit dem Auto zum nächsten Tatort brausen und gucken, was da geht. Ich habe auch mal einmal reingespielt irgendwie. Ich glaube, wenn man Fan von so einer Geschichte ist, dann kann ihm das ganz gut gefallen. Normalerweise 30 Euro. Jetzt gibt es das für 22,49 Euro. Und Achtung, Achtung, dieser spezielle Sale diesmal ist nämlich extra für Playstation-Plus-Mitglieder relevant. Denn zu den Angeboten, die es für Nicht-Plus-Mitglieder gibt, kommen noch mal erhebliche Rabatte für Plus-Mitglieder. Ja, Playstation Plus. Und so ist es auch bei Elle Renoir. Das kostet im Sale 22,49 Euro und für Plus-Mitglieder 14,99 Euro. Awesome. Dann gibt es auch noch One Piece Grand Cruise im Angebot für 4,99 Euro. Ist aber totaler Käse. Das ist auch für das geringe 4,99 Euro Geld totaler Quatsch. Da kann man gar nichts machen. Discovery ist ein Spiel, das im Prinzip, sagen wir mal ehrlich, Minecraft ist. In VR. Man steuert das mit dem Gamepad und kann diese ganzen Klötzchen Sachen bauen. Ist tatsächlich sehr schön. Hat auch ein 4-Player-Multiplayer. Ja, also wenn ihr wisst, was Minecraft ist, dann wisst ihr Bescheid. Kostet jetzt 8,39 Euro. Und für Playstation-Plus-Mitglieder 4,79 Euro. Ja, ja. Ganz schön billig. So, dann gibt es noch Playstation World. Da muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Das haben die meisten Leute, die sich ihre Playstation VR in den letzten zweieinhalb Jahren gekauft haben, sowieso im Megapack und so mit drin gehabt. Oder in irgendwelchen anderen Packages. Das ist eine wirklich hervorragende Spiele-Sammlung. Da sind fünf Titel drin. Man kann eigentlich in alle möglichen Regionen mal reingucken, die VR so bieten kann. Sehr, sehr schön gemacht. Technisch wie auch gestalterisch. Daraus entsprungen aus einer der Spiele-Experiences ist ja dann auch Blood & Truth von London Studio. Denn auch die Playstation World sind übrigens von London Studio. Großartig. Kann man jedem empfehlen. Wer es noch nicht hat, muss es sowieso haben. Für eine normale Menschen 20,99 Euro. Für plus Edelmenschen 11,99 Euro. Und dann besonders bemerkenswert Robinson's Journey. Robinson's Journey ist ein Adventure im Prinzip. Ihr seid ein kleiner Junge, der ist gestrandet auf einem fremden Planeten, der, naja, so Dinosaurier-ähnliche Klima- und Tierverhältnisse hat. Die Grafik ist wunderschön. Das ist mit der CryEngine gemacht. Sieht wirklich beeindruckend aus. Man steuert das mit dem Gamepad. Leider. Denn das Spiel wäre auch mit dem Move-Controller interessant gewesen. Ich habe das sehr, sehr gemocht seinerzeit. Und bin mir nicht sicher, ob das jetzt für den Vollpreis immer noch eine super Empfehlung ist. Für 17,99 Euro ist das okay. Für die 5,99 Euro, die es für Playstation Plus-Mitglieder kostet, ist es aber absoluter No-Brainer. Schon allein, um mal zu gucken, was für fantastische Grafik die mit der CryEngine für die Playstation VR hingekriegt haben seinerzeit. Ja, auf der Playstation Plus sieht das makellos aus. Super. So, und dann haben wir auch schon wieder Star Trek Bridge Crew im Angebot. Für normale Playstation-Besitzer mit 17,49 Euro gar nicht so wahnsinnig attraktiv. Für Plus-Mitglieder 9,99 Euro ist ein super Preis. In einem Star Trek Raumschiff. Ja, in Star Trek. Ihr kennt das ja. Fliegt da hin und hustet den Klingonen was vor und so. Ihr teilt euch die Jobs. Ihr könnt Captain sein oder Maschinen, der redet mit dem Computer-Typ und so weiter. Ihr könnt das zu viel spielen. Multiplayer. Das hat sogar Cross-Play, also mit PC und neuerdings auch Quest-Menschen. Kann man das zusammenspielen. Macht sehr viel Spaß. Spätestens für alle Trackys eine Ansage. Und ist günstig mit 9,99 Euro für Plus-Mitglieder. Dann, wie immer, Resident Evil im Angebot. Hier ist es nichts Besonderes. Kostet ja normalerweise 20 Euro jetzt 16,99 Euro und für Plus-Mitglieder 13,99 Euro. Ich glaube, wir hatten sogar in der Vergangenheit schon mal bessere Deals. Aber ein absolutes Must-Have. Resident Evil 7 muss ich nicht viel zu sagen. AAA-Titel. Unfassbar in VR. Wow. Gruselig. Höllengruselig. Dann gibt es merkwürdigerweise... Letztens gab es Dirt Rally für 9,99 Euro oder so. Jetzt gibt es lediglich das VR-Add-On für Dirt Rally. Das ist nämlich, wenn jemand sich Dirt Rally schon gekauft hat, die damalige Version, kann man sich nachträglich die VR-Fähigkeit dafür kaufen und jetzt für 3,24 Euro im Angebot. So läuft das. Aber Achtung Achtung! Das ist wirklich nur das Add-On, was die normale Dirt Rally-Version VR-fähig macht. Und Dirt Rally ist ein Autorennen. Mit dem Gamepad steuert man. Sollte man auf jeden Fall ein VR lieber spielen, wenn man eine VR-Brille hat. Denn die Immersion ist da um das 48-Millionen-Fache höher. Und wenn ihr ein Lenkrad habt mit Force-Feedback oder so, dann sowieso. Ich meine, es gibt nichts Besseres, als im Auto selber zu sitzen und zu gucken. Es hat sogar Multiplayer. Sehr zu empfehlen. Lezzle VR, glaube ich, könnt ihr außen vor lassen. Kostet jetzt nur 6,99 Euro. Gibt es keinen extra Plus-Preis. Aber das ist auch nur so Scheiben schießen. Ihr habt ein paar Waffen und schießt auch Scheiben. Das macht Gun Club mittlerweile massiv besser. Dann kann ich lieber das empfehlen. Wenn man wirklich auf Papp-Scheiben schießen möchte. Wenn einem das reicht, gerne. So, hier haben wir dann was für alle Rummelbesucher. Carnival Games kostet im normalen Zähl 12,99 Euro. Und hier auch im Plus 5,99 Euro. 5,99 Euro ist natürlich immer ein Schnapper. Das sind im Prinzip eine Anregung von lauter Minigames. Ja, so klassische Dosenwerfen etc. Ist jetzt kein großer Wurf, aber 5,99 Euro ist auch easy. Achtung, Achtung. Das geht jetzt nicht bis zum 19., sondern hier ist ein Zähl vom 21.2. bis zum 7.3. Und zwar das auch nicht sehr bemerkenswerte Monster of the Deep Final Fantasy. Das ist ein Angelspiel. Und irgendwie die Screenshots hier sehen ziemlich fantastisch aus, muss ich zugeben. Aber das Spiel selber sieht in VR nicht besonders aus. Man angelt. Wie nach jeder Runde gibt es irgendwie nochmal so ein kleines Endmonster. Da wird es ein bisschen Waveshooter-mäßig. Es ist gerade für einen großen Publisher wie Square Enix sehr, sehr bescheiden. Und mit 14,99 Euro würde ich auch sagen, geht gerade so klar. Ehrlich jetzt. So, dann gibt es das ewige Rise of the Tomb Raider. Ja, genau. Das ist aber kein VR-Spiel. Achtung, sondern es hat nur ein VR-Part. Man kann sich da die Villa von der guten Lara, die Croft Mansion oder wie das Ding heißt, kann man sich in VR angucken. Ist für lediglich 34,19 vollkommen überteuert, weil das ja, also das ist der Angebotspreis, weil das Spiel unendlich alt ist. Aber für Plusmitglieder 8,39, wenn ihr eh das in Flat nochmal durchspielen wollt und dann das VR-Ding als Bonus nimmt, warum nicht? Wolfenstein Cyberpilot. Auch eine große Enttäuschung, muss man echt sagen. Direkt aus dem Bethesda-Wolfenstein-Universum. Ein VR-Spin-Off. Aber enttäuschte Leider im Gameplay. Es sieht ziemlich gut aus. Es sieht toll aus. Aber das ist langweilig. Man stapft die Straßen lang in so einem ferngesteuerten Panzerhund und schießt auf Soldaten mit Flammenwerfern und so. Die kippen um. Mehr passiert nicht. Das ist echt nicht so aufregend. Leider. Aber falls ihr mal eine schöne Wolfenstein-Grafik in VR sehen wollt. 13,99 finde ich, ist es nicht unbedingt wert. Aber 7,99, das kann man dann langsam machen. Ich habe den zweiten Teil davon auch noch nicht gespielt. Da steuert man dann eine Drohne. Also eine fliegende Drohne könnte vielleicht ein bisschen aufregender werden. Aber insgesamt ist das leider kein tolles Ding. So. Und am Ende habe ich jetzt noch Prey. Und zwar die Digital Deluxe Edition. Auch ein 2D-Titel. Achtung, Achtung. Und auch für Nicht-Plus-Mitglieder 24,79 nicht so interessant. Und jetzt kommt es aber für VR-Interessierte. Und Prey ist auch an sich kein schlechtes Flat-Game. Der PlayStation-Plus-Mitgliederpreis ist 9,59 und da kriegt ihr in der Deluxe Edition sämtliche Add-Ons. Und für Prey gibt es VR-Add-Ons. Falls euch das interessiert. Es gibt irgendwie zwei verschiedene VR-Modis, die man da erleben kann. Einer davon ist sogar Multiplayer, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich nie reingeguckt, weil die offensichtlich nur Teleportationen hatten oder so. Und ja, ist halt nicht so wahnsinnig spannend. Aber wenn ihr mal alles gesehen haben wollt, was es auf der PlayStation VR in VR gibt, dann ist das vielleicht auch noch eine Variante. Vor allem ist es immer interessant zu schauen, was so AAA-Hersteller in VR so machen. Was holen die da raus? Im Fall von Square Enix nicht so viel. Und im Falle von anderen dann doch einiges. So, und das waren die News, die ich für euch habe bezüglich der Sales und aktuelle Releases für die PlayStation VR. Ich hoffe, ihr könnt mit den Informationen ein bisschen was anfangen. Und wie gesagt, achtet drauf. Das lohnt sich dieses Mal am meisten für PlayStation-Plus-Mitglieder. Wenn ihr irgendwas noch nicht habt, schlagt zu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob was für euch dabei gewesen ist. Hier sind einige Titel, die sind immer mal wieder im Sale. Aber z.B. Discovery ist da nicht so richtig häufig. Und Ravens and the Journey hat einen absoluten Tiefspreis. Da kann ich wirklich sagen, guckt euch das bitte mal an. Das ist irgendwie ein ganz charmantes Abenteuerspiel. Ihr seid ein kleiner Junge, ihr habt sogar einen eigenen Dinosaurier. Hm, der folgt euch überall hin und so. Das ist total nett. Das war's von mir. MoTense, MoFunVR. Macht euch einen schrecklich netten Rest-Mittwoch. Und dann schaltet vielleicht mal ein. Ich denke, dass ich heute nach dem Joga ganz entspannt, wenn ich da so richtig chillext bin, werde ich vielleicht mal in Separation reingucken. Und dann können wir uns das zusammen angucken. So gegen 21 Uhr, schätze ich. Bis Dancen. Abonniert den Kanal, wenn ihr derartige Videos nicht verpassen wollt. Und seid lieb zu euren Eltern. Was? Ciao.